Schade. Echt schade. So, geht's weiter. Eingabe fortsetzen. Ja, interessiert mich, ne? Ist ja eben nur der Steam kostenlose Wochenende. Ne, das hat man doch grad. Nein, das wollen wir nicht nochmal. Gegen die Bobbys dreht man nochmal an. 1300 Punkte, ich bin doch gar nicht mehr so schlecht gewesen. Punkt Design, das interessiert mich gerade mal. Punkt Design hat mich jetzt Blitzschlag, Vorräte, äh, Dragonfire. Was sagen wir, das ist. Aber wie... Ne. Ich könnte eine Drohne einsetzen, aber wie kann ich denn diese... Tun wir alle Stimmen schalten. Halt, ne. Äh, Klasseneditor. Ne, ich möchte eigentlich nur wissen, wie ich die Punkt Design aktivieren kann. Falls ich mal so weit schaffen würde, eine zu kriegen. Kann ja vorkommen. Man weiß es nicht. Es lädt. Turn of Duty, Black Ops 2, der Multiplayer. Ich... Mir hat schon mal jemand anders gefragt, hab ich mir das Playstation kaufen und das Call of Duty, aber ich bin nicht so der gute Gamer beim Schießen, sagen wir es so. Ich bin in den anderen Spielen gut, aber nicht beim Ballern. Bin ich nicht der Beste. Das ist wirklich so. Und deswegen würde ich mir niemals jetzt Call of Duty zum Beispiel jetzt für 50 Euro oder so, wie viel das kostet, kaufen. Und... gucken, wie viel das kostet zur Zeit. Äh... Hier vielleicht. Äh... Ne, kann ich nicht. Jetzt lädt das wie geklappt oder was. Ich meine, hinter das Verbindung verloren oder? Wär es auch noch. Ne, auf dem anderen Rechnung geht noch Google auf. Also... Möchte theoretisch noch funktionieren. Wie gesagt, ich bin nicht so der große, äh... Zocker... Gamer, der jetzt halt... Ballerspiele spielt. Bin ich wirklich total schlecht eigentlich drinnen. Bei Counter-Strike manchmal ne... Kill Death Rate von... 5 Kills zu... 20 Toten oder so. Also ist nicht gerade gut. Bei Team Fortress geht es einigermaßen. Aber nur aus Scharfschütze. Ne, auch aus anderer, aber Scharfschütze... Scharfschütze geht. Das kann ich gar nicht machen, aber... Was ist jetzt hier los? In der Zeit, wo das hier lädt, ist bestimmt schon das Spiel vorbei. Jetzt, ich tue mal kurz die Aufnahmeunterbrechung. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder zurück. Mir spielt das ganz kleine Hauptquartier. Ich musste das Programm, äh, das Spiel über den Task Manager beenden. Ich hatte überhaupt nichts mehr getan. Aber jetzt geht's wieder. Turbine. Seltener. Hauptquartier. Ziele einnehmen. Da klettert ui hoch. Das klettert mal bitte nachher. Scharfschütze, runter! Ne, das ist unsere, ne. In der Hauptquartier. Ach lol. Ich stand ja am Eroberungspunkt. ich konnte mitbekommen laufen doch mal hinten um ganz gemütlich doch mal die schöne aussicht da ist jemand guck mal jetzt ist er tot laufen wir doch mal gemütlich weiter windrad schön das stimme ist umgekippt so wie es aussieht oder jetzt hat sich doch was bewegt darf doch mal hier lang und jeden ganz gemütlich jetzt ja nix so gemein kann ich mir irgendwie ducken so ganz vorsichtig ran schleichen kann natürlich auch rennen hauptquartier aktiv ich lasse den bisserl vor lol stand da doch ron im weg oder ne was ne emp guck mal was ist das ja auch guck mal an der ecke stand ja auch noch einer feindliche truppen haben das hauptquartier zerstört ja da war einer nicht den habe ich getötet 3 3 geht doch mal noch lol das gibt es doch nicht ich will gar nicht sehen wie der mich getötet hat ich will einfach nur das hauptquartier erobern wo immer das gerade ist das hauptquartier ist online achtung feindliche truppen haben das hauptquartier eingenommen was ich unkält egal kein sparterspiel vielleicht fände ist sowas der sie ist sowas wo also wo man nicht nur abschießen muss sondern wo man auch ein bisschen nachdenken muss das ist die gleiche waffe oder wo man auch ein bisschen nachdenken muss was man jetzt als nächstes macht oh jemand hat die hubschraube abgeschossen soll nicht kämpfen ne mach ich auch nicht gehen wir ganz brav weiter drüben sind bestimmt noch welche die einfach nicht raus wollen Achtung feindliche truppen haben das hauptquartier zerstört vor allen dingen nehmen wir das ja irgendwo bloß ein lol bist du mir die ganze seite nachher gegangen nö hm verbündete hunter killer drohne eingesetzt nur eine hunter killer drohne wo ist es denn lol inzwischen hab ich gar nicht reagiert reichen sie zehn assists hab ich jetzt da schießt du auf mich warum schießt du auf mich hobbitalsatellit online hobbitalsatellit hobbitalsatellit auf mich auf mich schützt du auf mich